Thomas D. Michi weg und an den Türen die fantastischen Bühnen! Guten Abend! Guten Abend! Guten Abend! Ich korrigiere. Machen Sie ruhig Fotos, aber dann der Hashtag likeawashundfantafieren passt das wirklich ganz gut für alle. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ich würde gleich den großen, großer Infantil-Raum abräumen. Was ist passiert? Ich habe nur am Freitag den letzten Ruf. Vor allem auch die Patenterszene durchgesprungen. Das ist die Seele hier an Queen. Aus der Bühne. Letzter Tour. Letzter Tourtag. Vollester Song. Wenn ich mich raus suchen darf, war das der optimale Moment. Und jetzt sechs Wochen lange Schiene. Das ist ja wirklich. Bewegen geht nur, trinken geht nicht. Und wir spielen und alle kommen schon. Danke, dass du trotzdem gekommen bist. Auch jetzt heute Nachhinsack. Schönes Weihnachten mit den Fantastischen Vier. Wir haben das schon öfters gemacht. Jetzt kommen ja die meisten. Viele Schwaben kommen ja auch Heim über Weihnachten. Sie und Familien. Und wir sind ja auch sowas wie Familie. Und dann feiern wir zusammen Weihnachten. Am Abend. Vor Heiligabend. Ja wunderbar. Ich bin ja schnell Bescheid bei der Hälfte. Und dann können wir die auch schnell noch bei. Feiern wir zum Weihnachten. Ich bedanke mich, jetzt hier zu sein. Die Fantastischen Vier. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.